Diese Designer-Düfte verstecken sich hinter den Eigenmarken von ZARA. Hier haben wir zum Beispiel Saw, das ist eine perfekte Kopie von Paco Rabanne's and Victors. Was haben wir hier noch? Umo ist ein Imitat von One Million, normalerweise 60 Euro, hier bei ZARA 10,95 Bombenpreis. Silver ist ein Imitat von Gucci's Guilty, normalerweise um die 50 Euro, hier auch 10,95. Und als letztes haben wir Tabacco, das ist eine Kopie von Victor und Rolf Spicebomb, normalerweise 70 Euro, hier 14,95.